So, heute Abend sind wir auf dem Weg nach Fatsana, da soll eine Lichter-Show starten. Die Frau braucht wieder etwas länger, hält gegen den ganzen Verkehr auf. There's so much fun. My body is over the ocean, my body is over the sea. Das muss noch mal ruhig sein. Also hier ist schon ganz schön was groß. Hier wird schon geübt, geprobt. Die Bühne ist aufgebaut. Wir werden jetzt versuchen, hier am Abend lang zu gehen. Am Markt vorbei und dort hinten auf den Steg zu kommen. Wir haben uns hier gut positioniert. Überall haben sie Fackeln an dem Steg hier angebracht. Steg in Anführungszeichen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Fackeln werden jetzt entzündet und jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt einen schönen Tag. Wir haben jetzt einen schönen Tag. Das war's. Es war früher. Es ist die andere Seite. Es ist die andere Seite. Sie sind die Ereignisse. Ich habe die andere Seite. Wir werden in ein paar Sekunden eine wunderbare Ausgabe sein. Genau hinter euch. Auf die andere Seite. Die kleine Riva hier. Die Molo. Das ist eine Möbel, das ist ein Freude, das ist ein Freude, das ist ein Freude. So, jetzt geht es wieder zurück Richtung Campingplatz. Jetzt wird schon was los hier, oder? Somewhere he has no love, we are craftsmen. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin, ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin, lock ich ein und drück auf. Gefällt mir.